Hör auf zu reden, mach hin. Wurde aber auch Zeit. So, ich bin aber noch am drehen. Ich brauche ja noch ein bisschen anscheinend, bis wir hier los watscheln. Okay, vielleicht können wir auch einfach hin dackeln. Was? Was geht denn jetzt hier ab? Ich bin immer noch schneller, weil ich Paladin bin. Kopf an, Kopf rennen! Okay, der ist ganz schön schnell. Muss man sagen. So, wir gehen jetzt an die Indie wahrscheinlich. Ja. Genau das tun wir. So, Indie-Quest werde ich aber keine annehmen, weil ich schon mal vor habe, nochmal in Indie zu gehen. Aber wir können mal gucken. Oh, wir haben schon wieder ein paar mehr. Ich weiß nur nicht mehr. Temple of the Yard. Shadow, Pampers. Ich weiß nicht mehr welches. Ähm, die zwei sind, glaube ich, neu vor uns. So, hallo. Hey, die haben doch gerade alle drei Quests gehabt. Oder sah das nur so aus? Eine Tür. Hm. Ähm, ähm, guys. Was ist hier denn? Oh. Oh. Oh, der ist groß, der Affe. Was erzählst du denn da? Ork, Ork. Oh, ich habe irgendwas auf dem Kopf bekommen. Okay. Ich weiß nicht, sind das jetzt Indie-Quests oder nicht? Keine Ahnung. Ich werde es jetzt mal kurz annehmen. Äh, ich glaube, wir sollten wir bleiben. Also, das sind keine Indie-Quests. Wir rennen jetzt mal weg. Eine Runde. Oh, der sieht nicht gut aus. Was hat der da vor, der Kerl? Red bestimmt jetzt eine Indie rein. Nein, tut er nicht. Affe! Alles klar. Gut. Weiter geht's. Oh, das dauert aber lang. Letztes Licht. Damit hat er nicht gerechnet. Ich dachte schon, wir können jetzt mal ins Neuland gehen. Wir haben ihn geweckt. La, 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 la. Ja, komm, nimm. Danke. Ich muss jetzt erstmal die ganzen Dinger hier aufmachen. Ich weiß nicht, ob wir da nicht auf dem Weg stehen dürfen oder so. So, noch drei Stück. Ah ja. Es ist zu weit weg. Let's go. Let's go. Wie schön, die schreien. Zack, zack, zack. Einfach hier wieder, Metzli. Machen zwar einen ganz schönen Schaden. Ah, 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 ah. Weg ist er. Nein, den will ich nicht angreifen. Da wäre ich gut blöd. Zack. Und zack. Ja, hallo Katze. Bin gleich für dich wieder da. So, wie viel müssen wir davon töten? Ach so. Äh, Double Quest. Na toll. Oh oh. Nicht gut. Na gut, jetzt sollten wir sie gleich mal beeilen. Weiß gar nicht, ich muss mich mit dir auch töten. Scheint so. Zack. Hm. Komm her. Es ist zu weit. Zack. Ich kann nicht mehr. Ja. 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 Oh Gott. La 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 la. Ich bin rausgegangen. Immer wieder den Hammer ins Gesicht Noch einer Zack Zack So die sind jetzt auch schon 87 die Viecher hier Du bist blind Komm gib mir jetzt das Ding Was ich brauche und gut ist Komm Trash Hab ich überhaupt noch alles aktiviert Jawohl Au da tut ganz schön weh Dieser blöde Sack ey Jawohl So jetzt muss ich noch so ein paar Äffchen töten Und so ein Gedöns Sowas hier Der kriegt direkt den Hammer in die Fresse Und Zack Tut mir aber leid Warte der hier mit Fässerbomb wirft Der Sack hier Können wir den dadurch angreifen Oh schade Wäre natürlich auch cool gewesen La 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 Noch ein bisschen heile 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 machen wir Und noch einer Und dann ist Ruhe Da oben sitzt der eine Komm also verarschen kann ich mich auch Wenn du jetzt nicht runter kommst Mein Freund Toll Super Der kann jetzt von dahinten wahrscheinlich Sachen werfen So der lässt uns aber wieder in Ruhe Dann können wir jetzt unsere Quests hier abgeben Mal sehen was wir alles hier so rausbekommen Vielleicht gibt es ja blaue Sachen Glaub ich zwar nicht aber Dann kannst du aber probieren Nein Ahja Increase your haste Äh Der ist cool Den nehme ich Und zwar gegen Parry Das Parry ist ja Dieses Pariergedöns Neue Quests Defeat Eddie Yoga in the Fizz Ähm Okay Oh ich soll es jetzt alleine machen Ist klar Machst du überhaupt Schaden an dem Ich kann nicht counten 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 Okay Hat das gezählt? Das hat doch nicht gezählt Toll super Okay Ich weiß nur ob das jetzt so richtig ist Wie ich das hier mache Toll Was bringt's Weiß auch nicht was das hier bringt Aber naja gut Komm einfach weiter drum hier Weiß nicht ob das Sinn Was der Sache ist hier Ah okay Ah okay Jetzt kann man noch So much damage bei dem machen Stirb So Aber den ersten haben wir immer noch nicht Ach das nervt mich so ein bisschen Alles klar Komm Was genau hast du da vor mein Freund? Können wir die hier töten? Können wir das auch? Lala la 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 Na gut, das ist ja jetzt kein Problem Das ist ja jetzt Pille-Palle hier Waren das alle? Ne, da hinten fehlt noch einer Zack Was ist jetzt? Jawohl Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier vorhab Weil der macht schon Schaden, der Kerl Autsch Blöder Sack Ja, dann mach doch auch mal was Du Fisch ey, das gibt's doch nicht Jetzt endlich Gute mal Zeit, dass der hier was macht Lalalal, wir drehen uns mal hier bis in den Kreis Gute 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 Gute